Willkommen zum Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Wir sprechen heute über den Ausblick für den Aktienmarkt und zum Dessert gibt es Anlagetipps für Schweizer Aktien. Zu Gast ist Fabienne Hockenjoos. Sie ist Anlageschefin der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank der BLKB. Herzlich willkommen, Fabienne. Vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Die globalen Aktienmärkte werden seit dem vergangenen Oktober von den grossen US-Technologie-Aktien getragen. Es geht um die glorreichen Sieben von Alphabet bis Tesla. Wie ist dein Ausblick für diese Aktien? Sind sie vielleicht in Zukunft nicht mehr so glorreich? Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass es bereits eine neue Formulierung gibt und dass aus den Magnificent Seven die Fabulous Four geworden sind. Denn wenn man genau hinschaut, dann ist seit Jahresanfang Tesla bei minus 30 Prozent. Apple hat auch bereits 10 Prozent verloren und auch Alphabet hat eine negative Performance. Von dem her gesehen bröckeln die Ersten. Und ja, es bleibt sicher spannend. Die verbleibenden Fabulous Four sind sicher noch getrieben vom Trend der künstlichen Intelligenz. Und das kann durchaus auch noch weitergeben. Aber man muss sicher auch sagen, die Bewertungen sind doch auch schon anspruchsvoll geworden. Für den Börsenaufschwung eine wichtige Frage ist, wie viele Aktien steigen. Das ist die Marktbreite. Wie sieht es damit im Moment aus? Ist es tatsächlich so, dass immer mehr Aktien steigen, statt nur ein paar wenige glorreiche? Ja, nachdem die letzte Börsenrallye eigentlich 2023 wirklich zu einem grossen Teil von den Sieben getragen wurde, ist es tatsächlich so, die Sieben beginnen zu bröckeln. Dafür ist die Marktbreite tatsächlich auch breiter geworden. Der Markt wird von mehr Aktien getragen. Das wiederum ist eigentlich ein positives Zeichen. Wenn sich also die O's ausbreitet, dann richtet sich der Fokus auch auf die weniger grossen Unternehmen, die Small und Mid-Caps in den USA. Dort gibt es ja einen Index, den Russell 2000, für die weniger grossen Unternehmen. Wie sieht es damit aus? Bieten sich dort jetzt Anlagechancen vielleicht? Ja, der Russell 2000 hat tatsächlich noch Nachholbedarf gegenüber den grossen. Wenn die Wirtschaft so weiterläuft, dann ist es durchaus möglich, dass die Kleinkapitalisierten jetzt eine Aufholjagd beginnen. Die Frage hier, die sich stellt, ist, ist der Aufschwung der Konjunktur wirklich so stabil und haben wir wirklich so einen guten Konjunkturausblick? Wenn wir jetzt noch ein bisschen über den Teich schauen und Amerika mit Europa vergleichen. In Europa sind die Aktien generell günstiger bewertet. Gibt es auch da Nachholbedarf? Ja, das ist eine sehr schwierige Ausgangslage für Europa, weil eigentlich bewertungstechnisch müsste man sagen, ja, zugreifen. Wir beurteilen das aber immer noch sehr kritisch. Wir sind eher untergewichtet in europäischen Aktien und zwar aufgrund der konjunkturellen Ausgangslage. Wir haben in Europa kein Wachstum. Deutschland bekundet extrem Mühe. Der kranke Mann Europas und tatsächlich ist es so, dass konjunkturell die Peripherie besser läuft. Spanien allen voran. Entsprechend ist auch die Industrie immer noch eher in einem schwierigen Punkt angelangt. Die alte Industrie vor allem, worauf sich Europa immer noch stützt, bekundet doch immer noch Mühe. Und das könnte auch noch weitergehen. Also wir präferieren tatsächlich immer noch den US-Aktienmarkt vor den europäischen. Okay, also das heisst in dieser Auswahl im Trade-off eher auf die USA setzen, aber dann dort auch die Konjunkturentwicklung im Auge behalten. Wenn es da bröckelt, dann wird es auch schwierig. Ja, genau. Da kommt dann der Schweizer Aktienmarkt. Auf den setzen wir tatsächlich noch mehr als auf US-Aktien, weil wir denken, dass die Kombination von Qualität und dem defensiven Element in dieser Aussicht auf die Konjunktur durchaus profitieren kann und eigentlich für den Schweizer Markt spricht. Sehr gut. Den Schweizer Markt schauen wir uns nachher noch genauer an. Jetzt blicken wir noch auf die Geldpolitik. Fallende Zinsen sind gut für Aktien, aber die Markterwartungen wurden da seit Anfang Jahr ein bisschen zurückbuchstabiert. Das heisst, die Märkte erwarten jetzt weniger Zinssenkungen der Notenbanken als davor. Das heisst, die Zinsen werden voraussichtlich weniger stark fallen als ursprünglich gedacht. Und trotzdem steigen die Aktien immer weiter. Also wie wichtig sind die Zinsen im Moment überhaupt für die Börse? Ja, wir beobachten seit einigen Wochen eine Abkopplung der Aktienmärkte von der Zinsentwicklung. Das könnte durchaus auch so weitergehen. Ich glaube, es wäre nicht überraschend, wenn wir in den nächsten Monaten den Fokus von Zinsen weg zur Konjunktur nehmen. Wir hatten gestern Inflationszahlen aus den USA, die auch schon wieder über den Erwartungen waren. Dennoch hat der Markt eigentlich positiv reagiert. Das heisst, hier ist man weniger angespannt mittlerweile. Auch auf der Zinsseite hat man die Adjustierung der Markterwartungen eigentlich super gut verdaut. Eigentlich erstaunlich gut verdaut. Das könnte darauf hindeuten, dass man nun wirklich eher auf die Konjunktur und den Arbeitsmarkt blickt. Dann stellt sich auch die Frage, wie wichtig die Zinsen für die Unternehmen sind. Also die Unternehmen haben Kredite oder Obligationen ausstehend, die dann gelegentlich auslaufen. Und dann müssen sie refinanziert werden, erneuert werden zu höheren Zinsen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Zinshammer, der dann zuschlagen könnte. Oder von der Maturity Wall, der Fälligkeitswand, die auf die Unternehmen zukommt. Und trotzdem, trotz den höheren Zinsen hat es bis jetzt keine Konkurswelle gegeben. Wie sieht das aus? Ist diese Konkurswelle aufgehoben oder nur aufgeschoben? Ja, wir erwarten im Moment eine weiche Landung, was natürlich auch für die Unternehmen ein gutes Signal ist. Und wenn wir jetzt langsam, aber sicher in Richtung Zinssenkung gehen, dann ist die Maturity Wall weniger hoch. Dennoch bleibt sie bestehen. Und da wir davon ausgehen, dass wir dennoch im restriktiven Bereich bleiben. Wir glauben nicht daran, dass wir so schnell wieder einen neutralen Zins erreichen, wie wir ihn vor den ganzen Erhöhungen gesehen haben. Und entsprechend wird das eine anspruchsvolle Situation. Die Refinanzierungskosten werden steigen und fressen sich in die Margen der Unternehmen. Wenn jetzt schnell Zinssenkung kommt, ist das Problem weniger gross. Wenn die Konjunktur gut läuft, kann es auch besser verdaut werden, weil wir dann auch auf der Umsatzseite positive Entwicklungen haben. Ich glaube aber, dass das Thema eines der Risiken ist im Markt. Und dieses Risiko im Moment tatsächlich auch nicht eingepreist ist. Wir sehen auf der Kreditseite enorm tiefe Spreads. Das heisst, der Markt blickt über dieses Risiko hinweg. Und ich glaube, wir haben mit dem chinesischen Immobilienmarkt oder auch dem Benko-Skandal hier doch erste Anzeichen gesehen, dass da Gefahren lauern. Und ich würde diese auch nicht unterschätzen. Entsprechend würde ich auch weiterhin auf der Unternehmenskreditseite eher auf Qualität setzen. Jetzt von der Geldpolitik zu der Geopolitik. Geopolitik und Finanzmärkte. Wir haben schwere Konflikte. Trotzdem sieht man irgendwo an den Finanzmärkten einen Risikoaufschlag wegen den geopolitischen Risiken. Ja, ich würde sagen, nein. Der Markt ist im Moment extrem bullisch. Das Momentum stimmt, die Stimmung stimmt. und blickt eigentlich über die Geopolitik hinweg. Wir haben ein Wahljahr. Über 70 Länder wählen, unter anderem die USA. Wir haben das Thema Ukraine, was uns immer noch sehr stark beschäftigt, aber nicht den Markt. Der Markt blickt darüber hinweg und hat sich damit abgefunden. Ich denke, eines der geopolitischen Risiken ist tatsächlich jetzt eher mit Blick auf das Rote Meer zu sehen. Und zwar auch wirklich in der Realwirtschaft. Wir sehen da wieder Lieferengpässe oder zumindest extrem steigende Lieferkosten. Also die Frachtkosten sind extrem sprunghaft angestiegen. Und ich sehe dort einen Krisenherd, der sich auch wirklich in die Realwirtschaft überführen lässt. Man muss ums Kopf der guten Hoffnung segeln. Längere Lieferzeiten, teure Lieferzeiten könnte auch wieder ein Abbild in der Inflation finden. Und entsprechend würde ich sagen, es gibt die geopolitischen Risiken. Sie werden aber im Moment im Markt nicht eingepreist und auch nicht entsprechend entgelten. Also Risikoprämien für die Themen sind eigentlich im Markt nicht zu finden. In unsicheren Zeiten suchen die Anleger auch sichere Häfen. Gold und der Bitcoin stehen auf Rekord hoch. Die werden gekauft. Gehören die ins Portfolio? Beim sicheren Hafen würde ich hier unterscheiden. Ich würde sagen, dass der Goldpreis tatsächlich mit dem Thema sicherer Hafen zu tun hat. Man beobachtet, dass viele Zentralbanken in den Emerging Markets Goldbestände öffnen, da sie Respekt davor haben, was vielleicht auch Sanktionen für eine Auswirkung haben. Beim Bitcoin würde ich eher sagen, die Rekord-Highs sind eher auf das Risikosentiment zurückzuführen. Das Sentiment von Risk On befeuert auch Bitcoin. Bitcoin hat eine sehr hohe Korrelation mit Risikoassets. Und ich würde den Bitcoin-Kurs jetzt eher mit der Tendenz erklären, als mit dem Safe Haven wie bei Gold. Also du würdest eher Gold ins Portfolio nehmen als Bitcoin? Ja, ich glaube, Bitcoin kann eine sehr attraktive Anlage sein, bleibt aber im Moment noch spekulativ. Wir setzen eher auf die Technologie dahinter. Ich glaube, dort hat sich ein Riesenfeld eröffnet, die auch für uns Anleger spannend sein werden. Beim Bitcoin im Portfolio bin ich aufgrund der Risk-Return-Betrachtung sehr zurückhaltend und finde im Moment keinen Einfluss in unserer Asset Location. Richten wir den Blick auf Schweizer Unternehmen. Wie gravierend ist der starke Franken für den Schweizer Werkplatz? Ja, die Schweizer Unternehmen sind ja eigentlich gewohnt, mit einem starken Schweizer Franken sich herumzukämpfen. Und es hat auch einen positiven Aspekt. Das ist eine Fitnesskur, war schon immer eine Fitnesskur. Und ich glaube, da haben die Schweizer Unternehmen auch profitiert davon, sich immer wieder fit zu machen. Im Moment sieht man sicher, dass in der Berichtssaison wurde visible, dass natürlich der Schweizer Franken spürbar wird und sich auch in den Gewinnausweis reinfrisst. Aber im Grundsatz glaube ich, dass die Schweizer Industrie gut aufgestellt ist, dies zu kompensieren und mit dem starken Schweizer Franken weiterhin gut sich auszufinden. In Deutschland ist die Industrie in der Rezession. Du hast es vorhin angesprochen, in China erholt sich die Konjunktur nur langsam, nachdem die Covid-Restriktionen aufgehoben worden sind. Die ausländische Nachfrage ist deshalb schwach. Wie gross ist dieses Problem für die Schweizer Unternehmen? Ja, es schlägt auf die Stimmung. Also ich würde sagen, gerade Deutschland sieht man zum Beispiel, wenn man den Einkaufsmanager-Index der Schweiz anschaut, das ist einer der tiefsten momentan. Das heisst, es ist wirklich so, die Themen, die beschäftigen die Schweizer Unternehmen und ist natürlich auch von der Nachfrageseite her in der ein oder anderen Industrie sicherlich sehr relevant. Es gibt viele Exporte natürlich nach Deutschland und die fehlenden chinesischen Konsumenten schmerzen natürlich. Man hat jetzt auch gerade gesehen bei den Ausweisen, wie zum Beispiel Tesla, Apple, und da hat es natürlich auch Schweizer Unternehmen dabei, die spüren, dass die Chinesen noch nicht wieder zurückgefunden haben in den ursprünglichen Konsumrhythmus und auch die 5% Wachstum in China, die jetzt der Volkskongress ausruft, erachten wir eher als sehr sportlich. Die Schweizer Aktien, wenn wir jetzt von den Unternehmen zur Börse kommen, die Schweizer Aktien hinken ein bisschen hinterher gegenüber den USA. Du hast es vorhin auch angesprochen. Gibt es jetzt hier also für die Anleger eine Aufholchance? Ja, definitiv ja. Der Schweizer Aktienmarkt hat letztes Jahr wirklich sehr enttäuscht, vor allem auch auf die Grossen zurückzuführen. Wir glauben, dass wir hier eine Ausgangslabe haben, die sehr spannend ist. Gerade auch in Anbetracht der Rally, die wir jetzt beobachtet haben, wenn wir allenfalls dann auch mal wieder Kursrücksätze sehen, dürfte der Schweizer Markt deutlich besser halten. Kursrücksätze weltweit würden wir dann wahrscheinlich auch eher als Einstiegschance betrachten. Aber für den Moment erachten wir den Schweizer Markt als interessantesten Markt mit Aufholpotenzial. Wenn wir vielleicht trotzdem noch kurz einen Blick über die Grenze hinauswerfen, gibt es auch internationale Aktien, die du empfehlen würdest? Vielleicht aus den USA oder aus Europa? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche, die profitieren vom Umfeld. Wenn wir jetzt in Europa schauen, dann denke ich, eine Sago Bayer ist gut aufgestellt, von den Tendenzen zu profitieren, von den Megatrends weltweit zu profitieren. Wir sehen eine gute Chance bei Themen wie L'Oreal oder Puma. Puma hat Aufholbedarf und auch Aufholchancen. Oder auch in der Industrie, ASML, Applied Materials, da haben wir sicherlich Aktien, die noch sehr viel Potenzial auch bergen. Ich persönlich denke, im Moment ist es ein Selektionsjahr. Ich glaube, dass man mit der Aktienselektion in diesem Jahr sehr stark Outperformance auch generieren kann. Gut, im Börsencocktail Mitte November hast du schon bereits einige Schweizer Aktien empfohlen. Darunter waren beispielsweise Pharma-Zulieferer Ypsomed, Siegfried, Teckhan und Scan. Wie sieht es für diese Unternehmen derzeit aus? Sind die immer noch empfehlenswert für Anleger? Ja, wir sind immer noch sehr Fan von Pharma-Zulieferern. Ich denke, wir haben jetzt bei Ypsomed eine sehr gute Entwicklung gesehen. Da haben wir jetzt ein bisschen Gewinn mitgenommen. Die anderen Titel würde ich weiterhin auf die Topic-Liste setzen. Ergänzen würde ich um Lonza. Lonza hatte extrem Mühe. Ein Thema, vor allem auch, das auf Vertrauen der Investoren zurückzuführen ist. Wir haben da jetzt einen Management-Wechsel, der doch Zuversicht schürt, dass man das Thema erkannt hat und auch bereit ist, wirklich zu agieren, den Vertrauensbeweis zu erbringen und dann auch den Leistungsausweis zu bringen. Du hast auch Technologieaktien oder Aktien aus dem Technologiebereich empfohlen, darunter Inficon und Sensirion. Wie sieht es dort aus? Ja, Inficon hat sich sehr gut entwickelt. Da haben wir auch jetzt eher ein bisschen zu Gewinnmitnahmen geraten. Den Bereich finde ich aber immer noch sehr spannend. Wir würden jetzt momentan eher auf VAT und Komet setzen. Dort vor allem, weil die vom Aufschwung im Halbleitersektor profitieren können und, glaube ich, sehr gut aufgestellt sind, da von dem ganzen Trend hier zu profitieren. Ein grösseres Unternehmen, das du empfohlen hast im November, das ist ABB. Soll man die Aktie behalten? Ja, behalten unbedingt. Wenn du mich jetzt fragst, Topics in der Grösse, würde ich jetzt eher sagen, setzen wir im Moment auf Holzim. Ist ein langjähriger Topic von uns und hat, glaube ich, immer noch sehr viel Potenzial. Neu würden wir im Industriesektor auch auf Sulzer setzen. Sulzer hat sich sehr gut entwickelt, hat gute Resultate jetzt gerade gebracht und hat es auf die Topic-Liste von uns geschafft. Wunderbar. Das sind sehr gute Tipps für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, Fabienne. Liebes Publikum, bitte schreiben Sie einen Kommentar, wie Ihnen unser Börsencocktail gefallen hat. Geben Sie uns Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.